Seit dem letzten Interview mit unserer Nummer 38 hat sich ein wenig etwas verändert. Karim Bellarabi, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Ja, neues Trainergespann. Du bist Vater geworden und hattest gestern Geburtstag. Deswegen hat sich einiges verändert und wir starten direkt mal bei deinem gestrigen Geburtstag. Wie hast du ihn denn genossen und zelebriert? Ja, in diesen Zeiten kann man natürlich nicht so feiern und deswegen war das Ganze entspannt zu Hause. Meine Mutter war zu Besuch und Familie und wir haben ein bisschen was gegessen. Ganz entspannt und es war aber auch super so. Sehr schön. Die haben ja auch einige Glückwünsche erreicht und da habe ich mal ein bisschen in deiner Story gestöbert und habe dieses Video von Nadim gefunden. Also ich meine, du kennst es, aber du kannst es dir gerne nochmal angucken und uns erklären, was denn da für den Lachflash gesorgt wird. Go! Ja, das ist schon einige Zeit her. Da waren wir in Italien, in Mailand und waren es beim Einkaufen und das ist so ein Zeichen von uns beiden und es war ein lustiges Video. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe einige Glückwünsche erreicht und darunter waren auch einige Spitznamen für dich vorzufinden. Also Kadow, Kabu, Bosbela, alles war dabei. Was war so da dein Lieblingsspitzname? Ja, jeder hat so seinen eigenen Namen, den er mir gibt. Und Kadow sagt, glaube ich, Alarjo sagt immer zu mir Kadow im Training. Wendell, der hat fünf Namen für mich. Also jeder hat so seine eigenen Namen. Ich finde die alle in Ordnung. Okay, und unter anderem ist Habibi bei den ganzen Spitznamen dabei gewesen und da habe ich auch wieder ein Video für dich. Und zwar, wer da genau aufgepasst hat, der kann sich an dein Tor in der Europa League erinnern. Das will ich nicht vergessen. Das kann ich schon erklären, ja. Ja, genau. Wir zeigen dir die Szene nochmal, aber vielleicht kannst du uns sie danach nochmal erläutern. Habibi! Ja! Warte! Ja, warte! Ja, warte! Ja! Okay, okay! Komm, komm, komm! Ja! Ja, wir hatten das wirklich im Training so trainiert, dass wir das dann so machen. Genau, mit dem Ball zurück und ich bin dann da und dass wir einfach mal abschließen. Aber Leon muss dann bestimmt mit einem Handzeichen. Aber er hat das Handzeichen weggelassen und einfach Habibi geschrien und dann wusste ich natürlich auch, wen er meint. Und dass das dann so geklappt hat, war natürlich perfekt. Und ich habe auch danach zu ihm gesagt, hey, super, Habibi! Und der Gegner weiß ja nicht, wer damit gemeint ist. Und deswegen war das perfekt getimt von ihm. Geil. Wir wollen noch ein bisschen über dein Privatleben sprechen. Und zwar, ich meine, jeder hat es mitbekommen, auch an dieser Stelle nochmal. Herzlichen Glückwunsch vor knapp drei Monaten. Danke. Wie ist dein Sohn zur Welt gekommen? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, emotional. Was waren deine ersten Gedanken? Ja, wunderschön. Man merkt natürlich direkt mehr Verantwortung. Aber es ist bis jetzt das Schönste, was ich erlebt habe in meinem Leben und ihn jeden Tag zu sehen. Und das macht mich einfach stolz und sehr glücklich. Und ja, ich bin ein sehr stolzer Vater und meine Familie. Und wir freuen uns alle sehr, dass wir den Kleinen dazu gewonnen haben. Wie sieht da so dein persönlicher Plan aus? Könntest du dir vorstellen, dass er mal Fußballer werden soll? Also er kann zwar noch nicht sprechen, aber er hat mir schon so mit den Augen gesagt, dass er auch Profi werden will. Deswegen, da werde ich ihn immer betreuen und immer mein Bestes geben. Und hoffe natürlich, dass er auch im Fußball landet. Aber am Ende will ich nur, dass er glücklich ist. Was auch immer er machen will, dahinter stehe ich. Ja, ja. Also das bezüglich Privatleben. Aber du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Wie hat sich Karim Belarabi in den ganzen Jahren hier bei Bayern 4 sportlich entwickelt? Ich glaube, jeder Fußballer hat seine Höhen und Tiefen. Man hat gute Phasen. Man hat mal Phasen, wo man verletzt ist. Da muss man wieder zurückkommen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden hier bei Bayern. Und ich freue mich sehr, dass ich immer noch hier bin. Bin sehr motiviert und möchte auch jeden Tag weiterhin Gas geben und mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf den Endsport und dann wieder auf nächstes Jahr. Was macht es denn so perfekt, die Beziehung zwischen Bayern 04 und Karim Belarabi? Ja, ich bin ja als kleiner Junge schon hingekommen. Sehr jung. Und jetzt bin ich mittlerweile schon zehn Jahre plus minus hier. Und es ist einfach immer noch schön, jeden Tag herzukommen. Ich wohne in der Nähe. Es ist wie mein Zuhause. Deswegen freue ich mich, hier jeden Tag herzukommen. Ja, wir haben eben jetzt schon über die Verantwortung im Privatleben gesprochen. Wie sieht es denn jetzt aus hier bei Bayern 04? Ich meine, du bist einer der Dienstältesten jetzt hier bei Bayern 04. Wie siehst du dahingehend das Thema Verantwortung? Ja, wir haben viele junge Spieler. Ich war selber ein sehr junger Spieler. Und ich glaube, es ist auch wichtig für junge Spieler, dass man immer mal jemand hat, auch mit dem man sprechen kann. Und die Jungs wissen, die können immer mit mir reden, egal was ist. Und ja, es ist ein guter Mix. Und wir haben, wie gesagt, viele junge Spieler. Wir haben auch ein paar erfahrene. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich da immer auch mal austauscht. Was denkst du, kannst du diesen jungen Spielern mitgeben? Kommt drauf an. Jeder hat mal andere Probleme. Und man probiert natürlich immer, den besten Tipp da mitzugeben. Aber heutzutage muss man auch sagen, sind die Jungs schon sehr, sehr früh, sehr reif. Und deswegen habe ich da nicht so viele Aufgaben. Und es ist ganz entspannt. Okay. Wir bleiben beim Sportlichen. Und zwar standest du jetzt in der Bundesliga seit dem 3.10. zum ersten Mal wieder in der Startelf. Wie sieht es da in dir aus? Spürst du da jetzt so diesen Auftrieb? Ja, ich freue mich natürlich, wenn man von einfach anspielt. Das ist immer schön. Da vor dich, muss ich auch dazu sagen, leider so ein bisschen Verletzungspech. Deswegen freue ich mich einfach, wie gesagt, dass ich fit bin. Das ist immer das Wichtigste. Und ja, ich möchte fit bleiben. Ich möchte immer für die Mannschaft da sein. Und das sind meine Ziele. Wie sieht es jetzt aus mit dem neuen Trainergespann? Wie ist da dein Eindruck? Wie ist die Atmosphäre in der Mannschaft? Ja, jeder Trainer hat seine eigene Spielphilosophie. Und ich denke, die vom neuen Trainer haben wir jetzt gut verstanden. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen reinkommen. Aber ich glaube, man hat schon gesehen im Spingen Schalke, was wir vorhaben. Und deswegen haben wir da ein richtig gutes Gefühl alle. Wie haben sich denn deine Aufgaben jetzt auch mit der neuen Formation verändert? Ja, wie gesagt, jeder Trainer bringt ein neues System mit. Jeder Spieler hat dann andere Aufgaben. Und die muss man annehmen. Und ja, die muss man dann umsetzen. Also im Hinblick bei dir wahrscheinlich. Also Dreierkette, du ziehst dann, musst du wahrscheinlich viel nach hinten mitarbeiten. Richtig, ja. Wir spielen eine Dreierkette, beziehungsweise eine Fünferkette. Und dann hat man offensiv seine Aufgaben und defensiv. Am Montagreis jetzt zur TSG Hoffenheim. Wo siehst du denn bei Hoffenheim Stärken und vielleicht auch Schwächen? Ja, also ich glaube, dass Hoffenheim jedes Jahr immer wieder auch eine gute Mannschaft hat. Und auch gute Einzelspieler. Deswegen müssen wir da natürlich gut aufpassen. Und ich glaube auch, dass Hoffenheim eine Mannschaft ist, die man nie unterschätzen darf. Und deswegen fahren wir da hin. Natürlich 100 Prozent und volle Konzentration. Und es gab bei den Aufeinandertreffen mit Hoffenheim auch immer viele Tore. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, falls du treffen solltest, welchen Torjubel wir dann sehen dürfen? Ach, bei Torjubel, da war ich eigentlich nie so einfallsreich. Das kommt einfach aus mir raus, deine Emotionen. Ich hoffe natürlich erstmal, dass wir als Mannschaft drei Punkte holen. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Karim. Dankeschön. Und viel Erfolg.